R S T U V W X Y Z Nice Ich bin stolz auf euch Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Drifter, heute mit Goro Bai Hallo Und Kunran Hallo Gut Hatten wir das auch geklärt Warum? Hier war irgendwo ein Enderman Stimmt Da fehlt ein Block Unglaublich So So Jetzt ist alles wieder gut So, meine Pools sind voll Ich habe hier umgestellt Weil die Leute hier, die Guys, die haben gesagt, die wollen eine halbe Stunde früher anfangen Dann bin ich schon auf dem Server und habe hier umgestellt Haben wir das gesagt? Ja Ich wollte eigentlich später anfangen, aber Kunran konnte ja wieder nicht Das ist richtig Das ist korrekt Hast du jetzt deine Freundin einkaufen geschickt, oder was? Nee, die ist nämlich krank, die habe ich nämlich angesteckt Oh Mann Ich habe ihr ja das gesagt Schatz, lass es Ja, lass es Nein, nein, ich werde nicht so schnell krank Das passiert Das ist aber witzig, weil das kennst du, ne? Ich kenn das Nein, 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 ist schon okay Ja, ich Ich war ja am besten Ich war ja, wenn sie krank ist Ich davon krank geworden bin Ohne, ne? Um zu knutschen Halt, einfach so angesteckt Dann kommt sie Ich war ja erst krank Passiert schon nix Und sie dann wieder flach liegt Das ist doch der Klassik Ich habe ja schon Ich bin ja immun Ich bin die Sicherheit jetzt Ja, ja, ja Hä? Warum fehlt Hä? Das sagte sie aber auch Ja, ich habe ja ein gutes Immunsystem Ja, ja Kunran ist verwirrt Ja, hier fehlen Steine Wo kommt der denn hier? Wer denn? Groupies hier auf meinem Feld Groupies Autogramme nur auf der Gamescom, oder? Und 5 Euro Rund 5 Euro Irgendwas runtergefallen auch noch War noch einer in meiner Höhle drin? Ja Ja Das erklärt das natürlich Oh, da ist Eisen freigegeben Da haben wir Bunker Bunker Partys gefeiert Bunker Bunker So, ich muss jetzt mal arbeiten hier Redstone Roots An Voidwalker Ja, sprich doch noch weiter In den Mund ineinander In den Mund ineinander In den Mund In den Mund Nimm ihn in den Mund Meinen Mund? Nee GZ Wer war das? War ich das? Du warst das? War das? Man kriegt das halt nie mit Man läuft Ja, und man kriegt EP, wenn man Sachen aus dem Dings rausnimmt, deswegen Ja, aber man läuft halt Und dann macht es immer Bing Und man weiß nicht, ob das jetzt wegen dem Laufen war Oder Oh! Oh, da hat es mir noch ganz viel Stuff Letztes Mal gegeben, ne? Was denn? Bei mir war ein komischer Sound Bei mir auch Ich habe Resistance bekommen Achso, ja gut, dann hast du die Götter Welchen Gott hast du befriedigt jetzt? Wo kann ich das denn sehen? Das muss unten im Chat stehen Seljan Ah, okay Was hast du gemacht? Keine Ahnung, ne? Nichts Irgendwas musst du gemacht haben Oben ist voll bei mir Ja Oben rechts, nicht das Thermometer, ne? Ja, genau, oben rechts Können wir schlafen schnell? Ich höre Skeletter zu sein Ne, Seljan ist glücklich mit mir Naja, ich muss nur eben die Leiter hochklettern Seljan gibt dir nur Resistance, den brauchst du ja wohl nicht Wer ist denn Seljan überhaupt? Keine Ahnung, müsste ich auch googeln Pluton konnte ich noch was mit anfangen Der auch, weil er jetzt google ich Liegst du denn wenigstens im Schlafsack? Ja, ne, im Bett So, noch eine Leiter nach oben hier Alter, wo kommen die Geräusche Kam die Geräusche von einem von euch? Nein, im Schlaf Nein Wie schreibt man das? Du hast es mit Chat stehen Wie kannst du das sagen? Och, es sind Monstern hier bei Dann geh woanders hin und schlaf woanders Komm Nephi besuchen Alter, jetzt habe ich wieder Speedbuff hier So, ich schlaf bei Nephi in diesem riesigen leeren... Wo ist mein Schlafsack? Oh nein Oh nein Ansonsten legte ich immer mehr Schlaf Das, was? Nein, 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 passt Seljan 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 Und mir schlagen sie Son Goku vor, ich bin so ein bisschen... Son Goku? Ja, man schreibt es... Seljan Seljan Das möchte keiner Doch, fand ich relativ gut die Idee Finde ich lustig auf jeden Fall Rote Mana Battle... Okay, dann machen wir jetzt ein paar Rote Mana Battles Das ist doch nicht wahr, wieso kriege ich hier immer so eine Scheiße raus Jetzt kann ich nicht mal... Jetzt habe ich nicht mal... Was hat er nicht mal? Genug Fisch, um einen neuen Köder zu machen Das ist voll Lack-Dings, ne? Das ist total das Minusgeschäft, ey Wie YouTube Ah, du Geier, ey Was ist denn? Du darfst natürlich nicht über Preise reden Das ist wie YouTube Kaum im Netzwerk schon beschweren hier Nö, eigentlich ist es relativ gut da Hallo? So Eigentlich ist es relativ gut Hatten wir auch darüber gesprochen eigentlich wegen dem... Ob ich im Newsletter drin bin? Äh, was? Weil ich ja im Verteiler Von dem Netzwerk Ja Haben wir? Weiß ich nicht, wir hatten auf jeden Fall darüber gesprochen, dass ich zu Anfang nicht drin war Warum? Ich glaube aber, ich bin jetzt drin Das sah cool aus Okay Was musst du da... Dann musst du jetzt das hier rein? Oh, waren zwei Cyan Habe ich mich gerade verguckt Oh, zwei Cyan Ja, scheiße Ich hoffe, das geht trotzdem Scheiße Ich kriege jetzt die da wieder raus Äh, ich will das nicht ab Aha Wer macht nicht so Trinkgeräusche? Ich nicht Ich auch nicht Das sind bestimmt die Vögel in deinem Teich Ich stehe vor dem Teich und der ist leer Du was Äh Koro angelt in meinem Teich Ich habe es genau gesehen Hau Ist ja wohl erlaubt Wenn ich die Blume jetzt an deine Kühe stehe, sterben deine Kühe Warum? Weil die äh Mobs tötet LOL Ja, wie komme ich jetzt hier über deinen Zaun? Mit dem Schwert Oh, warte, hier ist ein Pressureplate Ja, aber da kommst du in den Schokobo-Abteil Es gibt nur einen Ausgang für dich Äh Äh Ich habe heute kein Foto für dich, Boro Nee, die brauchte ich gar nicht Ist ziemlich witzig, wie sich hier unsere Gärten mittlerweile entwickeln Ja, vor allem machen alle irgendwie was im Garten, nur Kundra macht im Keller Ja, hallo, hier Hexenwerk, Hexenwerk macht man noch nicht Ich finde es aber gut, dass du selber saß auf seiner Hexe bist Ich hätte für Ritchery so ein kleines Hexenhäuschen gebaut Ja, ich habe das ja danach erst beschlossen Aber du kannst das ja alles noch umstellen Ist ja kein Ding Es ist doch super in seinem Haus Oh 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 Was ist passiert? Ich habe nur alles falsch in meinen Teich reingeworfen Alles falsch Okay, wo kommen die Yetis her? Was war denn das letzte, was ich brauchte? Ah ja, die brauchte ich Waren die hier? Konnte ich mir nicht irgendwie, welche Taste war das nochmal anzuzeigen? F7 Danke Keine Ahnung, wie so ein Kessel funktioniert Monster von Advent of Exemption Spawnen auch zu ganz komischen Lichtverhältnissen Findet das so? So, jetzt habe ich vier Bellthorns, das wird ja erstmal reichen, ne? Jetzt stelle ich gleich alle meine Ecken hier und dann kann mir hier kein Monster mehr was So, mal ganz schön hier Wovon funktioniert denn dieser blöde Kessel jetzt? Ich weiß es doch nicht, Konrad Warum denn nicht? Kann dir da auch nie helfen Ich habe mit Rituary, also mit Rituary hast du ein Modpack angefangen, was ich noch nie angepackt habe Ich leider auch nicht, damals als es drin war, habe ich mich irgendwie... Ich habe mich nie getraut, ich habe auch Blutmagie noch nie angefangen, weil ich das immer, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert Aber ich, ich weiß nicht, ich wollte mich immer erstmal mit den Sachen beschäftigen, die ich kann Halbwegs Das ist ja langweilig Ja, aber Botania kann ich ja auch nicht, von daher ist es auch relativ Ja, was kannst du eigentlich? Powercraft kann ich so ein bisschen, also auch nicht ganz, aber Ja, aber das ist ja kein Distill-Dule, was ich hier betreibe Tinkers Construct können wir eigentlich ganz gut machen Ja, ich glaube, das können wir mittlerweile halbwegs, auch wenn wir da immer noch Fehler machen Wir machen auch keine Fehler, weil ich Tinkers Construct Ach, Quatsch So, die hat jetzt natürlich nur Energie, wenn ich hier Kohle reinwerfe, das ist natürlich ein bisschen super Okay, Leute, ich habe mich jetzt nochmal umentschieden mit meinem Haus, das hier oben ist scheiße Auch die Mana? Warum kann ich auf den komischen Cauldron hier Rechtsklick machen und der Arm bewegt die ganze Zeit, aber es passiert nichts Hm, die ist auch aktiv Nur die nicht Okay, wenn ich die hier hinstelle Da ist sie aktiv, okay Ja, ich muss dann wahrscheinlich eine Mana-Strecke durch unser ganzes Dorf ziehen Warum? Damit die Bellthorns aktiv sind Ja, aber warum machen wir die denn? Können wir nicht irgendwie eine andere Monster-Abwehr machen? Weiß ich nicht, bestimmt Aber die ist jetzt die erste, die ich habe Äh, bin ich irgendwie... Äh, ne, das ist wahrscheinlich wieder Irgendwie OP So Kann ich da drunter Feuer machen? Wenn ich hier jetzt noch einen Mana-Spreader hinschicke, da hinten Hatten wir jetzt eigentlich schon einen Neter-Putter? Ja Brauchst du eins? Ja Nief im Haus Nee Das ist äh... Warte, hier, Folge Folge mir, da müssen wir auch noch einen Weg hinbauen Ich habe es ein bisschen weiter weggestellt Oh, Baum, warte Oh Baum aufm Baum Ja Okay Alles klar Vogel Feuervogel Hier oben So einen Weg hinbauen Ah, sehr gut Und du musst, obwohl, ne ich habe eine Höhle gefunden gehabt, aber pass auf, da sind ein paar böse Lavalöcher, die man aus Versehen freibuddeln kann Ich höre direkt erstmal ein Ghast Nee, ein Ghast Ja, du hörst die, aber da ist keiner Ja, aber eigentlich will ich sowieso Nazarack konnte man anzünden, oder? Ja Ja Der brennt auch für immer Ja, das meinte ich Okay Der zündet aber auch andere Sachen an, ne? Und wir haben Fire-Spread noch an Könnten wir uns gute Schaufeln eigentlich machen in Tinker's Dings, oder? Ja, eine 3x3 Schaufel, ich habe eine zumindest Weiß noch gerade nicht mehr, ob das das heißt Ah, meine Bells von funktioniert, wie geil ist die denn? Jawoll, der Baum ist direkt instinkt gestorben Alter Was denn? Ich werde die ganze Zeit zurückgeportet Wie zurückgeportet? Lackt es, achso, weil sich das bei dir wahrscheinlich aufbaut gerade erst Ne, also ich bin schon wieder zurück, also In der richtigen Welt und jetzt werde ich die ganze Zeit hin und her geportet Okay, ich glaube es geht jetzt Jetzt bist du wieder da Ja Ja Gut Oh Oh Ja Was gießt der Goro sich denn Feines? Ne Schöbe? Oh Ich überlege mir immer so einen Crossbow zu machen, aber ich vermute die Munition dafür ist zu teuer Reicht das wieder nicht? Was denn? Bis draußen Eisen? Ne, ich habe, ich habe glaube ich Bronze gemacht jetzt Ne, wie hast du Flint? Du kannst, wenn du Gravel hast, einfach zwei Gravels ins Crafting Grid ziehen Habe ich zwei Gravel? Habe ich Gravel? Ne, da war auch Gravel 2 Stück? Ja, und dann kriegst du Flint Obwohl, so viel, haben wir gar nicht so viel Zeug hier, wobei Einfach nur nebeneinander kannst du das Jaja, ich musste gerade überlegen, konnte man Feuerzeug in beide Richtungen eigentlich machen? Ja, das war egal Ist die Glock aus gerade? Ja Warum kippt der? Ne Ok Ja, was haben wir hier? Wir haben Tin, wir haben Bronze, Gold Kannst du ja Bronze nehmen Ja, aber reicht das nicht? Doch reicht Ne, der ist keine Bronze mehr Oder willst du Eisen haben? Ich kann auch Eisen holen Ich mache mir hier so ein bisschen Bronze rein Oder Obsidian, können wir auch Ich muss mal Essen in meine Kiste packen, das ist so das Wobei, haben wir noch Eisen irgendwo? Ja, warte, ich gucke, ob ich unten noch was hab Ich hab noch sieben, ich hab auch Dias Ja, aber Dias will ich nicht Hm, sieben Eisen hab ich auf jeden Fall noch Wo ist denn das ganze Eisen, was wir geschmolzen haben? Ja, eine Rüstung verballert und Keine Ahnung Welche Rüstung hast du dann an? Ich hab einmal eine komplette Eisenrüstung damit gebaut gehabt Und du hattest die Lunchbox damit gebaut gehabt Ja, dafür braucht man drei Ja, ich sag ja nur, wofür das jetzt alles benutzt wurde Ja, drei Ingels sind nicht drei Blöcke Hier sind auch noch zwei Copper drin Zwei Blöcke Copper Achso, hier hinten sind die ja Nein, 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 da ist nichts drin Da war nur Copper drin Ist hier noch was drin? Hier ist noch Aluminium Ja, weiß ich Bunradern hast du noch Eisen? Ja, ein bisschen Ich pack's mal eben die Schmelze rein Eben, halt auch mal Farmen Ja, ich war eben Ja, will ich ja, deswegen, aber ich habe ja keine Schaufel Sind die kompletten? Keine Eisendinger mehr? Ne, da haben wir alles verbraucht mittlerweile Ja, gar nicht Wo schlafen? Wollen wir wirklich? Egal, wenn ihr jetzt nein sagt, dann steh ich wieder auf Ich schlaf in der Schmiede Ich bin wieder bei Niefel zu Gast Ich konnte nicht in der Schmiede schlafen, aber Monster Monster nearby Genau Schlaf ich bei Niefel Ja gut, Pyjama-Party Yeah So Und bevor ihr eure Pyjamas auszieht, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Ist schon wieder soweit Ja, und gerade heute sollten wir dadurch das Grundrahmen der WDR Heute muss tatsächlich, das ist blöd Heute spiele ich mit Zeitnazi Was? Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Ich bin wieder sitta Und 15 Bis zum nächsten Mal.